Und Epic, bist du bereit heute, den Mount Everest in Minecraft zu besteigen? Erklimmen? Erklimmen hört sich krass an. Schaut mal! Hey, wir haben schon eine richtig nice Ausrüstung an und sind gut, ja, bewappnet, sag ich mal. Wir haben hier so eine Picke und damit werden wir jetzt heute den Mount Everest hoch erklimmen, hochsteigen, wie man es auch nennen mag. Ich bin super gespannt, was wir alles erleben werden. Wir haben gerade hier schon mit so zwei Menschen geredet, die hier das Ganze planen. Die haben uns erzählt zum Beispiel, dass hier sehr viel Dreck ist und dass wir halt aufpassen müssen, dass uns natürlich nichts passiert, etc., etc. Und unsere erste Aufgabe ist natürlich zu starten und wir müssen natürlich auch gucken, denn je höher wir gehen, desto weniger Sauerstoff bekommen wir. Warte, echt jetzt? Oh, stimmt. Wir haben hier wirklich Müll, den wir einsammeln können. Das ist nice. Und wir müssen natürlich gucken, dass uns A, natürlich nichts passiert, B, dass wir weiterhin Sauerstoff haben, dass wir uns genug ausrüsten, dass wir, ich weiß nur, schon ein paar Häschen. Oh, äh, da gibt es weiter. Oh, nehmt lang. Und natürlich gibt es verschiedene Camps, das heißt, wir müssen natürlich nicht, guckt mal, hier haben wir unser erstes Camp schon, wir müssen natürlich nicht, oh, wir haben sogar eine Time, wie schnell wir sind. Wir haben einen Müll verloren. Wir haben Müll verloren? Ja, eins haben wir übersehen. Oh nein. Naja, nicht so schlimm, glaube ich, hoffe ich mal. Auf jeden Fall haben wir verschiedene Camps, also wie so Etappen müssen wir immer erklimmen. Und hier könnten wir uns dann wieder neu ausrüsten, essen, trinken, Wärme, wir haben hier Zelte. Und wir haben auch eine Luftanzeige. Und wir haben auch eine Luftanzeige. Und wir haben hier gerade auf jeden Fall mit der Rangerin, sag ich mal, gesprochen. Die haben uns auf jeden Fall erzählt, wir müssen wirklich aufpassen mit dem Sauerstoff. Willst du vorangehen? Ich weiß nicht, ich denke schon, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt wirklich allen Dreck einsammeln, okay? Ja, das Ganze muss mitgenommen werden. Wir müssen starten, würde ich sagen, perfekt. Und es geht weiter nach oben. Das ist dann, hier ist das Dreck zum Beispiel. Das kommt wieder weg und Leute... Oh, und wie ist das? Oh, das ist los mit mir. Tschüss. Ich bin in der Felsspeise gelandet. Was ist denn jetzt los? Oh, hallo. Und wie kommst du da hoch? Ich bin, kann ich hier hochklettern? Oh, ich bin hier unten. Ich weiß auch nicht mal, wo lang es geht, wenn ich ehrlich bin. Hier geht es weiter mit dem Jump'n'Run. Nein. Das ist richtig schön. Da ist Dreck da unten. Ich habe jetzt schon aufgesammelt. Nein, das ist noch ein anderer Dreck. Guck mal. Oh, das sammle ich auch. Ich komme nicht aus der Felsspalte raus. Oh, kannst du den da hinten aufsammeln, hier den Dreck? Wo bist du denn? Hier oben. Siehst du mich? Ah, da bist du. Ja, da versuche ich hinzukommen. Nein, guck mal, da, da. Ich muss hier oben die Ecken. Ja. Ich kann einen Run machen. Da hinten ist Dreck auf jeden Fall. Ich komme nicht mehr hoch. Hier ist eine... Ah, hier ist eine... Ich habe es... Warte, ich kann zu dir kommen. Hier gibt es einen Weg nach unten. Hier gibt es eine Leiter. Oh. Warte mal. Ich bin ganz auf dem Grund vom Felsspalte. Ich bin jetzt auch bei dir beim Grund. Katja. Wer haben wir denn hier nicht überlebt? Wir sind bei der zweiten Etappe schon hier in die Falle eingetragen. Hilfe! Was passiert denn jetzt hier? Und die Sonne geht unter. Oh. Übrigens unten die, äh, unsere Bar, unsere XP-Leiste. Das ist die Luft, die hast du auf Halbzeit schon. Ja, ist Halbzeit. Wir müssen bis zum nächsten Camp kommen, um wieder neuen Sauerstoff zu bekommen. Ich gehe hier nur noch tiefer in die Felsspalte rein. Äh, also ich weiß auf jeden Fall, wo es hoch ging. Aber ich sage dir so. Es kann doch nicht sein, dass wir sofort jetzt hier, äh... Wo sind wir denn jetzt? Guck mal, wo ich jetzt schon bin. Weiß ich nicht, wo du bist. Aha, ich kletter hier langsam mal sicher hoch. Da ist es, da ist es auf jeden Fall. Wie kletterst du hoch? Ich kann zu dir kommen. Oh ja, sehr gut. Ja, ich habe hier, hier ist eine Art Jump'n'Run auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Hier schaffe ich hin. Okay, warte mal. Oh, wir haben nicht mehr viel Luft, wir haben nicht mehr viel Luft. Ja. Oh. Seht ihr, was ich meine? Das wird nichts. Also, ich bin hoch. Ich bin oben. Ja, gut. Ähm. Ich brauche dir noch Hilfe. Was soll ich machen? Ich kann dir keine Hilfe leisten. Ich kann nicht mehr in der Ecke springen. Ich muss Eissprünge um die Ecke machen. Ich weiß ja nicht mal, wo hier der... Wo es weitergeht. Oh, ich kann es gewinnen. Ja, gewinn es. Hier ist Müll. Ich gehe einfach hochklampen. Ich weiß nicht, wo lang. Ich kann nicht ohne dich weiter. Es ist dunkel. Du kannst weiter, du kannst weiter, du bist bei dir. Ich weiß ja nicht, wo ich bin und wo es weitergeht. Wie bist du da hochgekommen? Hier. Ja, ach so. Ja, guck mal, hier ist eine Leiter. Ah, wie komme ich da hoch? Du musst da hinten, fängt das Jump'n'Run an. Wir werden... Du musst von mir ein Jump'n'Run machen. Ja, ja, du musst wieder Jump'n'Run machen. Oh nein, meine Luft ist leer. Ähm. Ich schaffe das hier nicht. Was ist... Ja, was machen wir denn hier? Hier, vorne ist das Camp. Ich sehe das Camp. Geh zum Camp. Ich schaffe das. Aber du schaffst das nicht. Ich schaffe es nicht. Okay, ich schaffe es zum Camp. Darum ist es, bin ich nicht. Okay, ich schaffe es nicht. Ich schaffe... Los. Ich gehe hier... Ah, ich schaffe... Aua. Wir haben es nicht geschafft. Ich wurde gerettet. Toll, wir werden da gerade gerettet. Oh mein Gott. Äh, wir wurden einfach gerettet. Das ist ein schlechter Bergsteiger. Okay, jetzt bitte guck, dass du nicht da direkt reinfällst. Ach, hier bin ich reingefallen. Ja, nicht reinfallen. Danke. Nee, 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 nee. Aber auch wieder Müll noch. Ja, ich weiß. Den können wir aber nicht... Oh nein, wir müssen hier wirklich rüber. Ja. Das ist nicht weit. Guck. Guck mal, hier warst du. Hä, wo bist du denn schon? Ach, da bist du ja wieder. Abo. Ja, okay. Wir lassen den Müll dann mal dort. Ja, da unten in der Feldspalte kommen wir leider nicht dran. Tut mir leid, Mount Everest. Aber wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie das schaffen, ohne... Also da hinten ist noch irgendwo Müll und wir kommen hier auf jeden Fall irgendwie hoch. Ja, ja. Und da ist dann schon das dritte... Ich weiß doch gar nicht, wie viele Camps hier es gibt. Äh, ich gehe einfach... Ich gehe einfach hier esnicken. Du bist ja nicht richtig. Ja, das ist mir egal. Ähm, ah, hier ist noch Dreck. Warte, warte. Oh. Oh. Ich habe... Oh, wir haben richtig wenig Dreck. Stimmt. Oh, oh. Und wir haben hier einen nächsten, ja, Ranger, sag ich mal. Mit dem können wir hier reden. Mal gucken, was er uns hier über den Mount Eros erzählt. Hallöchen! Also hier wurde uns auf jeden Fall erzählt, dass in 2022 über 6.000 Menschen die Spitze erreicht haben. Das ist super viel. Okay, Epic. Aber wir wollen natürlich auch hier in Minecraft... Oh. Wir dürfen nicht zu weit weggehen anscheinend. Nee. Es ist auch dunkel. Oh. Und es geht anscheinend weiter. Ja. Wir wollen natürlich hier auch alles weiter erreichen. Und hier geht es nach oben. Und wir gucken natürlich, dass wir so viel Müll wie möglich mitnehmen, weil der soll natürlich hier nicht auf dem Berg bleiben. Ich hoffe, wenn wir ganz oben sind, dass wir dann da einen schönen Ausblick haben. Ja, das stimmt. Okay. Ja, also... Hoah. Hopp. Ähm. Hopp. 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 Ich sag mal so. Ja. Das geht kaputt. Guck dir das mal an. Das ist wie so... Nein! Oh, nee! Oh, oh, oh. Hier will ich aber nicht runterfallen. So was mag ich nicht. Oh, was muss ich denn jetzt machen? Oh, nein. Und zack. Oh, was ist das? Das ist ja ein Riesendesaster hier. Was ist das für ein Desaster? Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Was ist das? Oh. Du musst hier drauf springen. Nee. Ah, wir müssen auf die Slime-Blöcke. Und da müssen wir... Aber wo sind wir? Ah, wir dürfen nicht... Ah, hier musst du hin. Warte. Wohin muss ich? Ey, warte. Du musst hier. Da, auf den drauf, ne? Nee. Hier, 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 hier. Ah. Oh. Nice! Können wir jetzt von hinten wieder anfangen? Ich glaube schon. Nein, hier geht's... Oh mein Gott. Wir haben nicht viel Luft, wirklich auch gerade. Wirklich? Natürlich nicht. Also, können wir hier... Können wir abkürzen? Das ist ja stressig. Oh je. Okay. Na gut. Wir müssen da hinten auf die Blöcke. Ich schaff's. Also, ich glaube, du musst von hinten anfangen. Wie ein bisschen fies ist das. Sorry, okay. Dann geht es hier lang, hier lang, dann da oben drauf und jetzt müssen wir hier... Ah, ich weiß nicht ganz. Denkst du, das ist... Ich weiß es nicht. Doch, da unten, wo ich dir gezeigt habe. 100%. Wo sind die Slime-Blöcke hier? Ich seh die nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Weiß nicht, ich kann testen. Ja, test du mal. Test machen. Ja, teste mal. Joke-Kauf. Und... Ah, da! Okay, ja, ja. Also, nicht geschafft. Nein, nein. Uh, uh, uh. Das ist ja richtig fies hier. Natürlich hab ich's nicht geschafft. Ach, da. Oh, Mann. Ich muss wieder von vorne anfangen. Wir sind jetzt bei der Hälfte schon. Fast mit dem Sauerstoff. So, jetzt aber. Wow, ich hab's geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Ich kam jetzt zu dir. Oh, je. Das ist ja... Lustig. Warte, warst du den Slime geschafft oder alles? Äh, den einen Slime hab ich geschafft. Oh, wir haben eben die Luft. Ja, ich weiß. Das stimmt. Die Luft ist ein Problem. Ich seh's für mich. Es ist Ende. Komm zu dir. Nee, so weit bin ich noch nicht. Aber das ist jetzt easy, glaube ich, hier. Ja, ja. Das schaffst du bestimmt. Und... Und hier ist das Ziel. Wow, das war sehr knapp. Okay, wir haben leider nicht alles... Oh, wir haben mehr. Ah, hier ist auch noch Trash. Das kann ich auch noch alles wegmachen. Epic. Hattest du keinen Sauerstoff mehr? Wir werden wieder abgeholt. Warum werden wir abgeholt? Ich hab keinen Sauerstoff mehr gehabt. Warum bist du nicht ins Camp? Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja, aber... Ah, du bist einfach weitergelaufen. Ich war schon im nächsten Camp. Ja, du brauchst doch Sauerstoff. Du bekommst doch immer... Ich wurde aus dem nächsten Camp rausgerissen hierhin wieder. Ja, Google. Hast du schon alles gemacht? Ja, Pech. Du hast ja einfach... Ich hab meint das doppelt. Ja, aber du hast doch einfach keinen Sauerstoff mehr gehabt. Profikletterer und musst du einfach nochmal machen hier. Ich weiß nicht, ob du hier Profikletterer bist. Wenn du hier... Also... Naja. Okay, Leute. Irgendwie nerven mich die kleinen Sprünge hier. Das hab ich schon gemacht hier vorne. Ist das lang? Ja. Oh nein. Okay. Ja, okay. Das ist mir so ein Biest. Vor allen Dingen, wenn du ja vor mir jumpst, dann sind ja auch diese kleinen... Also die... Die Plattformen weg. Das ist super nice. Und da oben war ich, statt da oben schon draußen. Ah, da oben war doch, das ist ja easy. Das ist nicht so lang. Das kriegen wir easy hin. Ja, ich weiß nicht. Das hab ich jetzt alles doppelt gemacht. Ja. Oh, weil du kein Sauerstoff mehr hattest. Hier zu mir. Ich komme. Sehr gut. Oh, wir haben es geschafft. Sieben von sechs haben wir aufgesammelt. Sehr gut. Also die Rangerin hat uns gesagt, dass das jetzt hier der letzte Abschnitt ist. Das ist gefährlich. Stimmt. Also ich muss ja sagen, uns hat die ganze Zeit gesagt, wir sollen nicht zu weit weg vom Weg. Vielleicht verlieren wir da ganz viel Sauerstoff. Sollen wir es mal ausprobieren? Kannst du aber ausprobieren. Ich glaube, ich kann da gar nicht lang. Also wenn ich jetzt hier lang gehen würde, dann bin ich ja nicht mehr... Warte, du gehst weiter einfach? Ja. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert. Nee, komm, wir machen den Weg. Wir versuchen mal jetzt hier keinen Quatsch zu machen. Ja. Wir wollen natürlich auch den Mount Everest. Wir haben es eh schon ein paar Mal nicht gut geschafft. Okay, das ist jetzt der schwierigste Teil. Hallo. Zum einen, weil das Wetter hier... Weil das Wetter hier problematisch wird. Man hat Lawinen. Manche haben hier Höhenangst. Probleme mit dem Gleichgewicht. Wie auch immer. Es gibt ja super viele Faktoren. Ich schaffe den Sprung hier nicht. Ah, nee. Jetzt geht es nicht als erstes. Du musst das hier machen. Hallo. Ich weib auf dich immer. Bist du schon da? Oh, die Luft. Vielleicht vergesst du immer die Luft. Wir müssen uns ja schon doch beeilen. Ja, natürlich. Oh, oh, oh. Hier können wir Eis klettern. Oh, cool. Ich komme und warte. Nee, du wartest auf mich. Ich komme. Und zack. Und hier können wir hochwarte. Ich werse, ich werse, ich werse, ich werse, ich werse, ich werse. Oh, cool. Oh, hier ist Dreck. Und dann müssen wir hier. Dann müssen wir... Ah, nee. Ja. Ich schaffst es so nicht. Ah, hab's geschafft. Und hier sind wieder irgendwelche. Hier passt ja auf. Oh, nee. Ja, ja, ja. Okay, nee. Wieso, wenn wir denn da jetzt hochkommen? Hier, dann da, dann hier. Oh, easy. Guck mal. Ich mache das ganz easy. Du bist Eisbierkamprofi. Ja, danke. Ich stecke. Ah, doch. Das ist komisch. Ich schaff's nicht. Hier, dann... Hier, dann da. Aber bist du denn schon? Ich bin schon richtig weit oben. Guck mal eben. Das ist eine Sache jetzt, dass ich mal hier besser bin als du. Ja, das ist echt anstrengend. Aber... Das regt man gut hin. Ich komme hier nicht mehr weiter. Oh, nein. Good job. Und wir haben es geschafft. Guck mal, wie niedrig unser Ding war. Warte mal. Sind wir jetzt Müll? Wir haben allen Müll. Wir sind nicht ganz oben. Nein, wir sind noch nicht ganz oben, ne? Noch ein bisschen. Aber wir haben hier noch... Oh, es fängt an zu schneien, richtig. Oh, oh. Und wir haben hier wieder Nima. Hallihallo. Wie sieht's jetzt aus? Und sie hat uns erzählt, hier wird's richtig, richtig kalt. Also wir sollten uns auf jeden Fall mal nochmal ein bisschen hier am Feuer wärmen. Und wir haben jetzt hier wirklich dann die Spitze. Das ist der letzte Teil des Mount Everest. Oh, wie cool. Hier geht's dann weiter. Epic, wir schaffen das jetzt ohne... Ne? Okay. Ohne, dass wir jetzt unseren Sauerstoff verlieren. Und natürlich wollen wir weiterhin Müll aufsammeln. Okay. Hopps, hopps, hopps. Wieso haben wir denn hier jetzt da drüber kommen? Ach du Jemine. Ohne, hopps. Äh. Ah. Nein. Neva, wie soll ich das denn schaffen? Katze, es liegt's. Äh. Bist du richtig gehopst? Au. Das ist sauschwer. Wie soll ich das denn schaffen? Kann ich hier einfach abkürzen? Äh. Ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich's machen. Äh. Guck mal, ich kletter hier ja auch schon. Ja, du kletterst. Ja, ja klar. Ich will ja auch lang klettern. Ah ja, guck mal, ich werd sogar gelobt. Ach, guck mal. Das machst du super. Kannst du mal kurz mich pusten? Ey, und ich. Kannst du mich auch pusten? Ja, warte, ich puste dich auch. Warte. Ja. Ich komm mit deinem nächsten Kampus dran. Komm bitte. Nein. Nein. Au, richtig. Oh, sorry. Ah, warte, ich kann doch hier lang. Tada. Oh. Nee, ich schaff's doch nicht hier lang. Oh, geht das? Nee. Ja, es ist schneller als es einfach... Oh. Oh, beweg. Hier ist ein Schummlerkletterer. Aber egal. Wenn wir hochkommen, kommen wir hoch. Und jetzt? Ja, das stimmt. Wie machen wir das denn jetzt? Äh. Müssen wir hier... Ah, guck mal. Nee. Hä? Wie kommen wir denn hier jetzt hoch? Ah, auf jeden Fall die Klippe. Die Eispicke brauchen wir dafür. Ähm. Oh. Oh. Nein. Nicht schon wieder. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh mein Gott. Das ist einfach die... Ich muss da alles nochmal von vorne machen. Ich bin jetzt hier unten. Was? Nein. Ich bin da unten wieder. Wie? Wie, du bist unten wieder? Ich bin da unten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das schaffe ich niemals. Schau mir den Sauerstoff an. Oh, ich muss das ja auch noch schaffen in der Zeit jetzt. Wir haben gesagt, wir schaffen das. Doch, 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 doch. Das packen wir. Äh. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Und jetzt geht es ein bisschen beeilen. Okay. Das ist eine ganz knappe Nummer. Gleich werden wir wieder abgeholt. Oh nein. Oh, pass auf, das ist hier... Fallen, fallen. Nein. 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 Ich hab's geschafft. Nein. Ich hab's alleine geschafft. Und ich. Mein Sauerstoff. Mein Sauerstoff. Oh nein. Warum bin ich denn jetzt auch gerettet? Ha? Ich war oben. Du hast mich allein gelassen. Du musst mal dich retten. Da kommt er. Oh nein. Ich war nicht oben. Wir müssen jetzt das alles nochmal machen. Nee. Wir sind oben. Bist du oben? Oh, wir sind oben. Wir haben es geschafft. Wie könnte es das sein? Nur weil ich da nochmal rein... Wir haben es geschafft. Wir haben den Mount Everest bestiegen. Erklommen. Erklimmt. Wie auch immer. Ich will hier nach ganz oben. Oh mein Gott. Wir werden wieder gerettet. Ähm, ja. Ja, ja. Guck mal. Hier. Hallo. Nami. Komm mal. Hol uns mal bitte ab. Dankeschön. Schon wieder. Okay. Ich würde sagen, wir einigen uns darauf, dass wir hier auf jeden Fall nicht nochmal irgendwie woanders hingehen. Und Leute, wir sehen da unten unser erstes Camp sozusagen. Ich glaube mit eins der ersten. Ganz, ganz, ganz da unten. Und wir haben hier alles hochsteigen können. Das war richtig lustig. Auch wenn wir es jetzt nicht perfekt gemacht haben. Aber wir sind ja auch kein erfahrener Bergsteiger. Und das mit der Luft war natürlich ein bisschen schwierig. Das stimmt. Mit den Fallen. Aber wir sind oben und das ist alles, was zählt. Ja. Sehr gut. So, das war es für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.